Jetzt gibt es einen weiteren Redebeitrag, entweder von der A100, ja, A100, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Tobias, ich bin von dem Aktionsbundes A100 stoppen und wir kämpfen gegen die Verlängerung der Stadtortobahn A100 von Neukölln nach Trebde und Füllischheim. Auch hier stellen uns die Frage, wem gehört Berlin? Trotz heftigem jahrelangen Widerstand war im Mai dieses Jahres Baugiebeginn für den 16. Bauabschnitt nach Trebde. Obwohl völlig unklar ist, woher die 500 Millionen dafür kommen sollen, wird bereits jetzt unter dem Bahnhof Ostkreuz ein Doppelstoff-Autobahntunnel für den nächsten Bauabschnitt zur Frankfurter Allee gebuddelt. Ob dieser Tunnel jemals genutzt wird, ist äußerst ungewiss. Denn bei den folgenden drei Kilometer Autobahnen unter dem Ostkreuz und der neuen Bahnhofstraße bis zur Frankfurter Allee dürften die Kosten vermutlich die Milliardengrenze knacken. Bis jetzt gibt es dazu weder konkrete Planung noch einen politischen Beschluss. Trotzdem wird bereits gebaut und schon mal 20 Millionen Euro verdraben. Dies ist die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung und dem Berliner Senat betriebene rückwärtsgewandte Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Statt weit über eine Milliarde Euro für die 100 von unseren Steuergeldern in die 6 Kilometer Autobahn und weitere Milliarden in teuren Infrastrukturbauten mit zweiterhaften Nutzen wie den Flughafen BER oder Stuttgart 21 zu versenken, besser in einen funktionierenden und für alle erschwinglichen Nahverkehr investiert. Statt die landeseigenen Grundstücke zum Höchstpreis zu verscherbeln, auf denen dann Luxuswohnungen entstehen, lieber auf ein paar Millionen Einnahmen verzichten und die Grundstücke Genossenschaften für preiswertere Wohnungen zur Verfügung stellen. Und die übrigen Millionen in Bildung und Kultur investieren. Es ist nicht hinnehmbar, dass zum Beispiel die Lehrkräfte der staatlichen Musikschulen in Berlin nicht mehr von ihrer Arbeit leben können. Aber nicht nur die horrenden Kosten sprechen gegen den Stadtautobahnbau. Mehr als zwei Drittel der Berliner Bevölkerung haben gar kein Auto. Zudem nimmt der Autoverkehr in Berlin langfristig um ca. 11% bis 2025 ab und der umweltfreundliche Radverkehr nimmt zu. Der Autobahn-Stadtring ist ein unsoziales Verkehrsprojekt aus den 30er bis 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Als man die autoberechte Stadt plante. Das ist Ausgrenzung durch A100. Der für den Autobahnbau notwendige Häuserabriss zerstört günstigen Wohnraum, gewachsene Kieze und soziale Strukturen. Also kurze Unterbrechung, sofort geht's weiter mit der A100. Wir begrüßen Kotti und Co. Ja, ein Applaus für Kotti und Co. In ihrer bewährten Lärm-Demo kommen Sie heute zum Lausitzer von Kotti. Ja, herzlich willkommen mit der Lärm-Demo, dann werde ich noch ein bisschen lauter sprechen müssen. Also, die für den Autobahnbau notwendige Häuserabriss zerstört günstigen Wohnraum, gewachsene Kieze und soziale Strukturen. Menschen mit geringem Einkommen werden aus der Innenstadt gedrängt, da sie in ihrem Kiez keine preiswerte Wohnungen mehr finden. Verdrängung durch A100. 2010 wurden von Torbos erstmalig die sozialen Auswirkungen von Stadtautobahnen wissenschaftlich untersucht. Die verheerenden Ergebnisse in Kurzform. Je näher die Wohngebäude an der Stadtautobahn stehen, um Geschlechter ist die Erhaltungszustand. Außerdem fehlen in mehr als der Hälfte der Wohnungen Lärmschutzfenster. Trotzdem sind die Mieten auch direkt an der Stadtautobahn nicht besonders niedrig. Dafür ist die Arbeitslosigkeit fast doppelt so hoch, wie in Wohngebieten oder Autobahnen vor der Haustür. Die an der Stadtautobahn wohnenden Menschen, die nicht arbeitslos sind, haben deutlich geringere Einkommen bzw. niedrigere Renten. Sie haben um ein fast 50% höheres Armutsrisiko. Und sie besitzen oft selbst kein Auto und können es sich nicht leisten wegzuziehen. Also, Armut und Verslammung durch A100. Aber wir lassen es nicht zu, dass unser Lebensraum zubetoniert wird. Wir wollen keine Autobahn und keinen Megabeton in Berlin. Wir kämpfen weiter und stellen uns den Betonmonstern im Weg. Wir zeigen Herrn Ramsor, Herrn Bovereitsch und dem Berliner Senat die rote Karte und sagen ganz klar Hopp, 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 100 Stopp! 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 Ja, vielen Dank. Mehr Infos für unsere nächsten Potenzaktionen findet ihr auf unserer Webseite www.100stoppen.de Und an unserem Wagen, unserem Lastenfahrrad gibt es noch 100-stoppen-T-Shirts und vermutlich auch Beutel. Und es gibt auch 100-stoppen-Plakate, die man hier sich zur Demo mitnehmen kann. Und Button für Kotti & Co. gibt es hier bei meinem Kollegen. Und Spenden wirft ihr auch. Vielen Dank.